Süßigkeiten im Regenschirm, ein Zentaue in der Schlange und ein Dinosaurier im Kino. Seht euch unser neues Video an. Mike und Jake wollen ins Kino gehen. Aber es sieht so aus, als ob sie sich nur ein Ticket leisten können. Lass uns beide mit einem Ticket ins Kino gehen, Bro. Das ist eine schlechte Idee. Ich habe aber einen genialen Plan. Jake geht mit seinem eigentlichen Ticket rein. Geh durch. Und jetzt wirft er es über die Schlange zu Mike. Coole Idee. Hier ist mein Ticket. Ups. Hey Mann, das ist mein Ticket. Ich will ins Kino gehen. Hier ist mein Ticket. Auf meiner Sohle. Gib mir meinen Tonschuh zurück. Du kannst nicht rein. Nimm das. Armer Mike. Diese Sportlerin hat so viel Energie. Das muss eine Profisportlerin sein. Ticket bitte. Danke. Das Geheimnis ihrer Energie sind Süßigkeiten unter ihrem Stürmband. Lecker. Plan T-Rex. Ich verstecke meinen Kumpel in einem Dinosaurier. Sorry, aber prähistorische Kreaturen sind im Kino nicht erlaubt. Da steht nur keine Hunde. Da steht nicht keine Dinosaurier. Okay. Ich schätze, du hast recht. Geh mit Rexy durch. Ich zeige dir eine ganz neue Welt. Was für eine riesige Kaugummi-Blase. Hm, ich habe eine Idee. Ich werde Skittles in einem Ballon verstecken. Dann werde ich ihn auffusten. So könnte es klappen. Lass mich vor. Wow, klar. So eine Oberweite sollte ihr eigenes Ticket haben. Es hat funktioniert. Ups. Meine Brüste sind geplatzt. Hier sind meine Skittles. Mit einem großen Rucksack könnt ihr viel Essen einschleusen. Und der Security wird nichts bemerken. Das müssen wir auch ausprobieren. Wir packen dich in den Rucksack. Keine Sorge, das wird schon klappen. Was ist da drin? Nichts Verbotenes. Okay, geht durch. Sei ruhig. Puh, Mike. Du bist so schwer. Vielleicht sollte ich mehr trainieren. Wo ist dein Ticket? Du bist ziemlich misstrauisch. Was ist in der Tasche? Das geht dich nichts an. Nein. 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 Der Plan hat nicht funktioniert. Wie kann man Süßigkeiten heimlich ins Kino mitnehmen? Ich benutze einfach ein ferngesteuertes Auto. Das Auto fährt unbemerkt hinein. Das Auto fährt unbemerkt hinein. Zusammen mit meinen Süßigkeiten. Das Auto fährt unbemerkt hinein. Keine Snickers. Keine Snickers. Einfach das Gedächtnis der Securities. Wir sind die Men in Black. Sieh her. Wow, ich hab alles vergessen. Hm, das hättet ihr wohl gerne. Das wird bei mir nicht funktionieren. Hey, seltsam. Es hat aber bei uns funktioniert. Was ist hier los? Oh, wo sind wir? Komm, wir hauen ab. Was für ein seltsames Mädchen. Warum hat sie einen Regenschirm dabei? Es hat seit einem Monat nicht mehr geregnet. Geh durch. Jetzt ist es offensichtlich, warum sie einen Regenschirm dabei hat. Darin sind Süßigkeiten versteckt. Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was für eine tolle Party. Ich hab eine Idee. Wir laden uns selbst auch zur Party ein. Und gehen mit den anderen Gästen ins Kino. Wow, Mädels. Danke. Geht durch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jennifer. Alles Gute für dich. Hier ist das Ticket. Das ist für mich? Danke, Jungs. Wow, was für ein tolles Geschenk. Du hast dir unser letztes Ticket geschenkt. Toll. Es gibt eine Cosplay-Veranstaltung im Kino. Alle sind da. Sich als Zentaur zu verkleinen war eine tolle Idee, Mike. Toller Pferde-Hintern. Eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Dein Ticket bitte. Geh durch, E.T. Eine gute Hexe? Nein, eine böse Hexe. Oh, geh durch. Wer bist du? Ich bin Encentauer. Halbmensch, halbpferd. Was? Wirklich? Wow. Ja, Pferdchen. Diese Schlange ist so lang. Du kannst durch. Du bist zu alt, um so lange in einer Schlange zu warten. Dieser hinterhältige Opa kennt ein Lifehack. Sein Stock ist ein tolles Versteck für Süßigkeiten. Lecker. Ich habe einen neuen Plan. Du umarmst den Security. Und in der Zwischenzeit schleiche ich mich ins Kino. Das wird klappen. Los. Dieser Plan muss funktionieren. Mike gibt nicht auf. Oh, das kam unerwartet. Eine Umarmung? Was ist hier los? Lass mich los. Aber eine Sache haben wir vergessen. Jake ist derjenige mit dem Ticket. Jake, gib mir das Ticket. Das war nett. Danke. Hey, wo willst du hin? Mit diesen Kostümen wird sie uns bestimmt reinlassen. Jeder liebt Superhelden. Komm schon. Wir zeigen ihr eine tolle Show. Halt. Bleibt stehen. Wartet. Hey, Jason. Lass sie in Ruhe. Leg dich mit jemandem in deiner Größe an. Ich werde dich zerquetschen, Spimme. Das werden wir ja sehen. Ah, du hast mich erwischt. Nimm das. Ich bin auch verletzt. Hey, was sollte das? Du hast damit angefangen. Wir könnten doch Süßigkeiten in einem Kapuzenpulli verstecken, der viel zu groß ist. Mike hat in seinem Leben genug Zucker gegessen. Sein Bauch ist sein ganzer Stolz. Jetzt gibt es noch mehr von ihm zum Anfassen. Na schön. Geh durch. Wer schleicht da durch das Kino? Jake. Der unsichtbare Ninja. Er ist der Meister der Verkleidung. Zeit für ein paar Spezialeffekte. Hallo Security. Ich zeig dir einen Trick. Leider kann der Ninja durch den Rauch auch nichts sehen. Und Jake hat die falsche Tür genommen. Oh oh. Das ist das Hauptquartier des Securities. Das war's dann wohl. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Schreibt uns, wie ihr Snacks oder eure Freunde ins Kino mitnehmen würdet. In einem Rucksack? In einem Regenschirm? Oder würdet ihr euch als Zentaur verkleiden? Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.